Die Jäger Möchtet ihr, dass ich diese Jäger identifiziere? Nein, danke, Loa. Weißt du, was ich gern hätte, Kadett? Dass wir aus dieser Horrorshow verschwinden. Also leg bitte den Zaun zu. Ich kenne einige dieser Jäger. Wir wenigstens jagen uns die Kaiju jetzt nicht mehr. Wieso sollten sie auch? Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihren Zweck? Uns in diese Todesfalle zu treiben. Diese düstere Art ist bei dir wirklich eine Lebenseinstellung, oder? Früher war ich eine Spaßkanone.